So, neu sind auch die Camouflage-Garnelen, die liefen eigentlich früher unter Larry-Hongkong-Garnelen und waren eigentlich eher, die liefen so da ferner liefen. Wir haben den Namen Camouflage-Tiger gegeben, weißt du vielleicht, und plötzlich wollte die jede haben. Man konnte sie gar nicht so schnell besorgen. Da rufen dann andere Händler an, was ist Camouflage-Tiger, wo kriege ich 80 Paletten her? Es ist ja gut, es freut mich ja, weil dann zeigt man Interesse für die Garnelen, das ist doch super. Die variieren sehr stark und das ist auch so ein Beispiel, das sind natürlich Einzeltiere, ich fotografiere die dann ein bisschen und stelle die ins Internet, weil das Internet lebt ja und da verbreitet sich sowas rasend schnell. Also da habe ich innerhalb von ein paar Stunden, kriege ich aus Taiwan, Post, aus Indien. Was ist das, wo kommt das her, wo können wir es kriegen etc. Also ich nutze diese Wege schon, um die Sachen zu präsentieren und es lohnt sich für euch, für mich weniger. Ich habe Spaß dran oder es lohnt sich dann auch, wenn ich Spaß habe, aber es lohnt sich dann, wenn wir diese ganze Sache am Leben erhalten mit den Garnelen. Und so sieht es aus, wenn wir drei, vier auf einem Haufen haben. Die sehen alle unterschiedlich aus. Und das ist auch noch eine Sache, was ich den Händlern auch immer sagen möchte. Das ist natürlich schwer für euch. Ihr kriegt dann so eine Tüte Garnelen, die sind erstmal farblos. Dann sagt ihr, okay, die sind mal farblos, was ist das überhaupt? Dann als Zoohändler, der sich seit 85 Jahren mit Aquaristik beschäftigt, der kann mit diesem ganz neuen Hobby noch nicht so wirklich was anfangen manchmal und der weiß dann auch nicht, okay, das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen oder das ist diese Art oder das ist jene Art. Und oft lese ich im Internet, ach, die Zoohändler haben noch keine Ahnung von Garnelen. Dann sage ich, Freunde, ihr müsst Geduld haben. Das ist eine neue Sache. Die Jungs machen schon in vielen Jahren Fischen. Die können nicht jede Garnele ihre Zacken da zählen und sagen, das ist aber das und das ist das. Deswegen gibt es Leute wie uns, die dann euch mit solchen Sachen eigentlich supporten und euch helfen wollen, um das richtig einzuordnen. Also wenn irgendwann was ist, dann könnt ihr entweder Roland anschreiben oder mal kurz mit mir telefonieren. Wenn ich nicht in Papua bin, dann geht das auch. Aber wir helfen euch da gerne weiter. Roland hat vor einem halben Jahr eine neue Garnele eingeführt, die sehr interessant ist für die Aquaristik, die aber auch so wieder einen kleinen Push gegeben hat, so wie Sulawesi. Weil Sulawesi, die kamen zum richtigen Zeitpunkt. Man hätte es nur richtig besser machen können. Also da hätte es ein bisschen mit den, die Aufklärung von den Händlern hätte besser funktionieren müssen damals, weil diese Garnele natürlich andere Ansprüche haben. Der Heiko hat es ja gestern erzählt. Die Tiere brauchen 28 degrees, wie heißt das? Grad Celsius. Ich bin manchmal etwas durch, gestern zu lange gefeiert hier. Und dann ist ja klar, dass man, wenn die ganz andere Werte haben, dass man das erstmal nicht weiß und hat mal viele Verluste und irgendwann sagt man, ach das lasse ich, das bringt nichts. Aber es ist eine sehr interessante Sache, wenn man es richtig angeht. Auch die Sulawesi-Garneelen. Und diese Garneelen, die hat der Roland gebracht, das war wieder mal ein Impact, die hat sie Princess Bee genannt. Und sie sieht, der Bienengarnele sehr ähnlich, kommt aus Vietnam, hat also damit gar nichts zu tun, ist aber eine schöne, interessante Garnele. Und hier sieht man ein schwangeres Mädchen mit ihren Larven dran. So transportieren die Garneelen, ihr als Garneelen-Profis wisst es ja sicherlich, dass die Garneelen das so transportieren. Und so sieht ein Habitat in China aus. Es war ein kleiner Bach, ziemlich weit oben in den Bergen, da waren keine Fische drin. Es war beschattet, deswegen auch das viele Moos. Und die Temperatur, man denkt immer, ja Südostasien, Südostasien, da hat es 150 Grad. Nein, das hatte 16, 17, 18 Grad. Und ich bin da ein paar Stunden, habe ich da verweilt sozusagen an diesem unglaublich schönen Ort. Ich habe mich ja gefühlt wie im Auenland, wo ich gedacht habe, ist das geil. Aber das Wasser hatte 17, 18 Grad. Und deswegen sage ich euch auch immer, kocht mir die Garneelen nicht, sondern versucht sie einfach, auch wenn ihr jetzt weniger Heizer verkauft. Heiko, ich werde mich dafür echt entschuldigen. Aber sie brauchen es etwas kühler. Und ich habe keine Heizer. Ich habe keine Heizer. Aber dafür habe ich andere Sachen. Die sind auch gut. Also, das ist ganz wichtig, dass man die Garneelen nicht grillt. Ich habe oft gehört, hast du es mir erzählt, dass im Sommer das Wasser bei euch in der Anlage zu warm geworden ist. Hey, da gehe ich hin, nehme so eine Tüte Eiswürfel und hänge die einfach überall rein. So nach drei Stunden sind die Eiswürfel auf, dann gehe ich wieder hin, tue es zurück und mache das in meinen Zehnbecken, kann ich das machen. Aber ihr müsst das so ähnlich machen, wenn die Temperatur zu hoch geht. Weil viele von den Händlern haben mir erzählt vorher, sie haben viele Garneelen verloren in dem warmen Sommer. Stimmt das? Es nickt keiner, ihr schlaft schon. Freunde, ich wecke euch gleich auf. Ich komme persönlich vorbei. Also, Habitat sieht so aus. Und das Witzige war, man denkt immer, das sind viele Algen und was weiß ich was. Nein, es waren viele Blätter, aber keine Algen. Dort, wo Algen waren, habe ich nur Fische gefunden. Also, wo es veralgt war, da gab es nur Fische. Hier gab es viele Blätter und Kies, ganz normaler Kies. So, ich erzähle euch ein bisschen was über Krabben, weil ich habe auch gemerkt, dass Krabben auch immer noch Probleme haben. Ich habe gestern mit einer Lady gesprochen, ich glaube, ich habe mit der acht Stunden gesprochen. Die hat mir nur ihr Leid über die Krabben geklagt und die Krabbenhaltung. Und es ist so, hier diese neuen schönen Arten, hier haben wir eine Geosesama, habt ihr schon mal gesehen, bestimmt, also eine Vampirkrabbe. Diese Krabben haben sehr viel Potenzial. Und der Heiko hat mir gestern versprochen, er baut mir mein Krabby Home. Ich will mein Krabby Home Castle. Oben eine Fahne drauf, Krabby Home Castle, weil es gibt eine Aquaristik oder ich weiß es nicht, vielleicht hat die Terroristik ja solche Sachen, das speziell für Krabben ausgerichtet ist. Es gibt viele Leute, die Krabben haben wollen. Ich war in Friedrichshafen auf der Messe und habe da Krabben präsentiert. Dann habe ich sie schön präsentiert. Hey, ich habe in zwei Tagen, ich weiß nicht, 300, 400 den Leuten mitgegeben. Unglaublich, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Und alle haben mich gefragt, was gibt es denn für Krabben? Wie müssen die gehalten werden? Also das Wissen ist noch sehr unter Basiswissen, aber die Anfragen und das Interesse ist schon ab durch die Decke. Das heißt, Heiko, bitte baue mir ein Krabby Castle. Bei Krabben muss man auch sagen, die haben natürlich alle unterschiedliche Ansprüche. Du kannst nicht jede Krabbe gleich halten. Hier die Geose-Sama zum Beispiel, was ich bei mir gemerkt habe, die Tiere mögen eine Luftfeuchtigkeit. Das heißt, du sollst sie nicht offen halten. Also bei mir in Süddeutschland, im wilden Süden, ist die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch. Also nicht so wie in Thailand, wo du rauskommst und Luftfeuchtigkeit. Wenn du die Tür am Flieger aufmachst, kennst du ja, kommst du raus und denkst, es erschlägt dich. Also bei mir daheim ist sie nicht so hoch. Deswegen habe ich das Becken ganz dicht gemacht und immer geguckt, dass die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist. Und ich hatte einen Wasserteil und einen Trockenteil. Der Trockenteil, haben wir auch mit Roland gestern diskutiert, der muss wirklich trocken sein. Also kein so schlammiger Sumpf, wie bei manchen Mangrovenkrabben, sondern bei diesen Geo-Sasama, muss er trocken sein. Weil da, wo die vorkommen, zentrales Java, da ist es halt so, die kommen in diesen Bambus, an den Bambusplätzen vor, die nahe am River, am Bach sind. Und da kommen die vor. Das heißt, die gehen da rein und raus. Aber sie haben kein Marshlands, diese Sumpflandschaften, die gibt es da nicht. Sondern es ist einfach nur trocken und dann nass. Aber sie gehen rein und raus. Also ganz wichtig, weil die Lady gestern hat mir auch ihr Leid geklagt. Sie hat schon so viele verloren und sie weiß nicht, wie sie es richtig machen soll. Also hier mal so ein paar Tipps zu den... Übrigens, ich habe mir gedacht, habe ich auch gestern gesagt, es kann natürlich sein, ich habe gestern auch einen Vortrag gehalten, dass ich mich ein bisschen wiederhole. Also jetzt bläue ich euch es richtig ein. Wenn man was zweimal hört, dann merkt man es sich vielleicht. Und hier die Vampirkrabbe ist noch eine unbeschriebene Art. Und ich habe mir überlegt, ich werde sie nach dem Thorsten Töller benennen. Die Vampirkrabbe, wisst ihr, fressen ab. Vampir, saugt euch auch so ein bisschen. Und deswegen nennen wir sie Tölleri. Da kannst du gar nicht lachen, oder? Aber es gibt noch andere schöne Arten. Hier ist auch eine noch unbestimmte Art. Auch eine Geosesama. Hier eine bestimmte Geosesama-Notophorum. Und die sind unglaublich farbig. Die sind eigentlich auch so wie viele kleine Bonbons, wenn du die im Becken hast. So alle Farben. Das sieht schon klasse aus. Und die Leute sind echt fasziniert. Jetzt müsste sie nur noch ordentlich präsentieren. So, dass man sie erstens, dass man sie sieht. Und zweitens auch richtig. Nicht, dass sie immer auf dem Rücken liegen. Weil sonst haben die Leute keinen Bock mehr drauf.